Ich bin hier, weil ich einen Film eingereicht habe und deswegen möchte ich gerne sehen, was andere Leute darüber sagen. Weil ich mal gucken wollte, wie der Film geworden ist und mal Profis fragen. Ich erhoffe, dass ich natürlich der Beste bin und auch viel über das Videomachen lerne. Und wenn es alles gut kommt und die nicht zu geistig sind, auch einen Pokal bekomme. Hallo, wir sind hier beim Gym Film Festival in Sprengberg und gerade beim Video Journalismus Workshop. Gleich schauen wir mal in den Photoshop Workshop. Aber wie es aussieht, ist es sehr dunkel darin. Mal sehen, ob wir ordentliche Bilder bekommen. Ich bin hier, weil wir ordentliche Bilder bekommen.